Ich bin mit der 13-jährigen Jagd eigentlich bis jetzt sehr zufrieden. Die Strecke ist gut, wäre ihr recht gut die Hirsche angeschossen. Sie sind jetzt in vier Tagen ca. 80 Hirsche. Und das Wetter, es hat damit es abgekehlt, damit es angeschnitten, das ist gut gewesen. Es hat damit die Bewegung gebracht. Es hätte ein bisschen mehr Schnee dürfen sein, für noch mehr Strecke zu machen. Aber wäre sie soweit irgendwie zufrieden. Speziell in den Zwischenfällen haben wir irgendwie nichts gehabt. Und wenn es so weitergeht, sind wir eigentlich zufrieden und können auch die Strecke erfüllen.